Es ist dem Feind gelungen, die Front in breiter Formation zu durchbrechen. Im Süden hat der Gegner Zossen genommen und stößt auf Starnsdorf vor. Der Feind operiert jetzt am nördlichen Stadtrand zwischen Frohnau und Pankow und im Osten ist der Feind bis zur Linie Lichtenberg-Marsdorf-Karlshorst gelangt. Mit dem Angriff Steiners wird das alles in Ordnung kommen. Mein Führer, Herr Steiner, Steiner konnte nicht genügend Kräfte für einen Angriff massieren. Der Angriff Steiner ist nicht erfolgt. Es bleiben im Raum Keitel, Jodl, Krebs und Burgdorf. Das war ein Befehl! Der Angriff Steiner ist ein Befehl! Wer sitzt sie? Der Angriff Steiner ist ein Befehl! Der Angriff Steiner ist ein Befehl! Oh mein Gott, ist das einfach getrunken! Der Minister hat mich verlogen! Der Angriff Steiner hat mich verlogen, sogar hier ist es! Die gesamte Generalität ist nichts weiter als ein Haufen niederzurechtiger Treue unserer Feiglinge! Mein Führer, ich kann nicht zulassen, dass die Soldaten, die für Sie verbrüchen... Bistet Feiglinge, Verreiter, Verzahler! Mein Führer, was Sie da sagen, ist ungeheilig! Die Generalität ist doch kein Schmeich des deutschen Volkes! Sie ist ohne Ehre! Sie nennen sich Generale, weil Sie Jahre auf Militärakademie hinzugebracht haben, nur um zu lernen, wie man Messer glaube hält! Jahrelang hat das Militärmele Aktionen nur behiget! Es hat mich jeden nur als Wichtigen... Widerstand! Ich habe mich gelegt! Ich hätte gut daran getan, von Jahren alle hoeren Offiziere liquidieren zu lassen, wie Stalin! Ich war nie auf einer Akademie. Und doch habe ich allein, allein auf mich gestellt, ganzer Rapper erobert. Verreiter! Von allem Anfang an bin ich so verraten und betrogen worden! Es wurde ein ungeheurer Verrat gehübt der deutschen Volke! Aber alle dieser Verräter werden bezahlen! Mit ihrem eigenen Blut werden sie bezahlen! Sie werden gesaufen in ihrem eigenen Blut! Bitte gerne! Jetzt beruhig dich doch! Ohne Befehle sind in den Wind gesprochen! Es ist unmöglich, unter diesen Umständen zu führen! Es ist aus! Der Krieg ist verloren! Aber wenn Sie, meine Herren, glauben, dass ich deshalb Berlin verlasse, öffnen Sie sich, der wollte ich! Er jagt mich wie eine Kugel durch den Kopf! Tun Sie, was Sie wollen! Dann können Sie mich wiederholen! Ich freue mich tape dich. Und type denn die vemos czytendlich! Sieh erhält4 알 закон und kraft! Sieh das wars mit nicht inwärtig inwärtig! Und dann gens da auch!